Hallo und herzlich willkommen hier im Wahnsinn oder so ähnlich bei der Minecraft-WG mit dem ziemlich durchgekrallten Rothermoon. Gib mir ein W, gib mir ein G, was macht das? WG? Hey, hi, hi. Mit Jeff. Und der eigentlich doch voll normal gebliebenen Rhea. Hallo. Eigentlich? Und für den Steve, glaube ich, kommt sowieso schon jede Rettung zu spät. Ja, doch, das trifft es ganz gut. Wollte ich jetzt sagen, die ist ja noch da. Ja, noch. Wahnsinns-WG. Wann geht das hier raus aus dem Mold, das Zeug? Hm? Wo das Copper jetzt in dem Mold drin ist, wie kriege ich das jetzt raus nochmal? Im Crafting-Fenster oder wie? Nee, rechts klickt, meine ich. Nein, Crafting-Fenster, passt. Wird Rothermoon noch irgendwann mal auf Land treffen? Nein, niemals. Wird Mieb irgendwann aufhören zu stinken? Niemals. Werden Julia und Rhea irgendwann Segen herstellen können? Geht fertig. Vielleicht. Dieses und viele weitere Fragen stellen wir uns und antworten nicht drauf. Oh Gott. Ich hab's ja fast ein bisschen vermisst. Echt? Warum nur noch fast? Was ist da los? Hm. Tja. Spaß. Die epische Blau vor mir. Unendliche Weiten. Und drüber hinaus. Wir schreiben das Jahr, wo sehe ich das? Jotten drücken, ne? Wir schreiben das Jahr, wo sehe ich das? Ähm, wir schreiben das Jahr, der 1. Mai 1001. Es ist 14 Uhr. Es ist 14 Uhr. High noon. Ist schon lange vorbei. High noon. Es sprennt. Es sprennt. So, äh. So. Sprennt ist auch bei Ihnen. Ich fahr' heute schon einen halben Tag und es ist immer noch nicht dunkel geworden. Wie kann das sein? Achso. Vielleicht soll ich den ganzen Tag fahren. Mein Haus brennt. Mein Haus brennt. Ja, ernsthaft? Mein Haus brennt. Ja, du hast ne Holzdecke. Ich glaub, zwei Feuer waren wohl doch zu viel. Na, oder die Lampe. Na, wobei. Julia, das liegt einfach daran, dass du so heiß bist. Oh. Du brauchst das Holz da oben ja nicht, oder? Ja, das soll eh weg. Aber abstellen kann ich die Wessel nicht, ne? Angriff der Mücken. Ist der neue Film von Stephen King, oder was? Ah. Äh, Julia. Die Carmen umzustechen. Hier ist das Ding, wo Copper drin ist. Danke. Ich brauch die nochmal. Ich hab nochmal Sägen hier am machen, dass mir... Also, ich will nochmal Sägen machen. Der Roman hat sich nicht so gut verkauft, deswegen machen wir jetzt einen Film draus. Dass wir da mal einen Vorrat haben. Mücken. Aber wir sollten, bevor wir was aufbrachen, noch dafür sorgen, dass wenigstens mindestens eine Spitzsacke gebaut wird. Aber warum hab ich eigentlich bei, bei, bei's Missing General gar nichts gekriegt? Ich hab jetzt ja auch Sachen gemacht. Alter. Oder kommt man da später? Alter. Ich hab nur mal Buttering was. Ach, was auch immer. Mir egal. Ich hab vor allem gar keinen Plan mehr. Ey, du kannst irgendwas im Questbuch, äh, ein, zwei Sachen abgeben übrigens, ne? Ich hab ne neue Idee. Ich muss demnächst auch endlich mal bei meiner Quest mit dem Amboss weitermachen. Ich kann, ich kann nichts machen. Ich kann nicht aus dem Boot aussteigen, doch. Ah, so. Ja, der Server ist auch ein bisschen instabil zurzeit. Meine neue Idee ist, nach Hause telefonieren. Ich die nach Hause telefonieren. Was ist denn das jetzt? Ah, ich hab, ach, hatten wir die Keramikwessel noch gar nicht. Ja, äh, guck mal. Ein Alatscher Wessel. Nimm jetzt den schnelleren, den schnelleren Weg anstatt dieses hier. Können wir nochmal abgeben. Glasflasche, glaub ich, war das noch. So, was krieg ich aus meiner, äh, äh, wissen du, eine Reward-Bag. Es ist noch nicht mal eine verrottete, aber es ist, naja. Vielleicht werd ich jetzt irgendwo meine Hand finden. Basalt, Basalt, Cobblestone und Smooth-Wall. Was? Was will ich mit zwei Stück Mauer? Ach nee, ich krieg alle drei Sachen, super. I found some walls, äh, walt, äh, balzen, äh, batzen, äh, ja. Hast du's bald? Nein. Okay. Aber guck mal, ist dir eigentlich was aufgefallen? Der eine Kerl lauft in der Landschaft rum, der andere Kerl tut Gärtnern und wer macht die Schwerstarbeit hier mit, mit, mit Feuerbrennen und hast du nicht gesehen? Die Frauen mal wieder. War ja klar. Und keiner hört uns zu. Frauen gehören am Herz. So ist das halt. Ich hab Land gefunden. Ich tanze ja gerne Blümchen an. Ich hab Land gefunden. Und willst du die wieder hoch? Aber Land gefunden. Hier gibt's keinen Limestone, dann dreh ich durch. Oder nicht hier, schieten. Da passt nix mehr rein. Ja, ich muss das noch aufmachen. Ich habe Quarazite gefunden. Was auch immer. Nimm das mal mit. Ja. Was auch immer Quarazite ist. Hier gibt's irgendwie unterschiedliches Stroh. Ach, das ist das normale Minecraft-Stroh. Machst du ne Maske auf. Okay, lassen wir das. Ja, lassen wir das. Ist besser für heute. Ölschieferbrocken. Ach, nimm mal mit Ölschieferbrocken. Da muss ich dann noch weiterbauen. Dafür brauche ich aber dieses Material, das hier momentan noch am Boden rumgurkt. Sehr gut. White Shadow with Outline. Ich brauche definitiv ne Spitzhacke. Wo musst du was weggehaut haben? Ne, ne, ich muss äh, 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 später dann, ähm, wenn ich das am Boden alles umhau, aber das mach ich dann noch. Mega Leg, Mega Leg. Ähm, ich, ich, ich hab ja eine. Aber ich will mein Haus selber bauen. Wenn ich hier nix finde, ne, dann. White, White. Oh, kein Sand. Kein Sand. Es ist dunkel. Climory Water. Können wir, können wir schlafen und so? Geht das? Ja. Ich hab Schlafsack. Ich auch. Legt ihr alle? Dann leg ich mich auch. Ich liege. Ich liege auf ein öligen Sand. Öliger Sand ist super zum Schlafen. Ich, 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 ich hab aus Versehen die Eins statt Drei genommen. Wenn einer aus der Tasche fällt, dann ist es auch schön warm. Auf öligen Sand. Werde ich jetzt gesteinigt? Ja, bei was? Weil ich aus Versehen die Eins statt die Drei aus Questbook genommen hab. Was hast du gesagt? Nee, ist okay, dann muss ich die Drei mitnehmen, oder? Oh, scheiße, ein Bär. Ein Bär. Ein Bär. Ein Bär. Okay, der ist leer. Ein Bär. Er krabbelt mir hinterher, er schwimmt mir hinterher, der Bär. Ich mag ihn, ich mag ihn sehr. Wenn er aus Schokolade wär. Dann wär's ein Schokoladenbär. Nee. Ha, ha, ha. Sicher? Ha, ha, ha. Nee, sicher bin ich mir nicht. Ziehst du mal. Krabbis, hallo, Krabbis. Oh, da hinten sind Obstsachen. Alter, was ist denn das? Da muss ich hin. Ich muss die Krabbis töten. Kommt her, Krabbis. Ich nehm's euch mit euch locker auf hier. Brauchst du Erz momentan? Krieg's haben wir leer. Ich bin grad zu blöd, dass Erz... Gib mal kurz her. Das dürfte jetzt nämlich wieder hart sein. Ich bin grad so... Ich weiß grad nicht, ob ich das die Richtige habe, weil irgendwie sind alle Töpfe, die ich in der Hand habe, sind leer. Ich habe hier hohes Gras, hä? Ist bei dir was drin? Tomate. Aber die sind gelb. Ja, das ist kalt. Dann müssen wir es wieder heiß machen, oder? Tomaten-Samen nehmen wir mit. Dann machen wir es. Tomaten-Samen nehmen wir mit. Ja, Tomaten-Samen klingen gut. Hier Stück habe ich hier gefunden. Oh, das ist natürlich... Äh... Die waren schon fast rot, aber ich habe es sonst abgebrochen, weil der weiß nicht, wie man hier noch vorbeikommt. Ich mach mal die Tür zu, wir haben hier eine Insektenprobleme. Hast du noch ein Feuergedünze? Äh, warte, ich zünde ein, ja. Oh, ist fast kaputt, aber ich... Also, das hängt von einem Gebiet, aber jetzt bin ich im Gebiet, da gibt es nur Ölschiefer, blablub. Gibt es wahrscheinlich auch keinen, ähm... Limestone, schätze ich mal. Also, ich habe nochmal Krupfererz, aber das lassen wir dann doch mal erst mal. Äh, das packst du dann am besten wieder in der Kiste rein. Warte mal, ja, ich habe es... Ach, 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 dann kann ich das jetzt... Ach so. Äh, mach mal so. Auf großer Wanderschaft. Genau, das ist hier in der Takt drin. So, als würde ich sowieso immer nur wandern eigentlich. Ich stelle mal einfach... Nee, nee, pack das lieber in der Küste rein. Ich finde das sonst nie wieder. What is this? What is this? Rosa, Tulke. Okay, das ist das unten rechts. Was ist das hier? Maiskolb. Oh, Mais, komm, nimm mal mit. Mais, komm, nimm mal mit. Mais, komm, nimm mal mit. Oh, 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 oh. Klingt auch gut. Ah, was ist das hier genau? Mist, 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 Hammer der Gerechtigkeit. Okay. Na, danke. Das ist die Leere, die volle, die ist in der Kiste und im Durchbruchst du unten rechts. Ja, ich habe sie ausgeleert, also ich habe sie aus dem Keramikgefäß rausgetragen. Ach so, du bist rausgeleert. Oh, also Büsche, Büsche, was ist das hier? Ach so, okay. Brombeerbusch. Wasserstück und Mais jetzt. Zwei Stück, vier Stück, sechs Stück. Ja, eine Struktur da reinbringen. Soll ich dir nochmal Regale bringen? Nein, ich brauche eh jetzt erstmal... Nee, nee, Regale brauche ich nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, was aus den Kisten rauskommt. Geilomatico. Also, was ich aus den Kisten woanders hinräumen kann und so. Wo sind diese scheiß Mücken wieder hier so so... Das Holz kann hier schon mal weg. Das räume ich dann jetzt mal rüber. War da oben noch der Grün? Jetzt habe ich was gesehen. Ich muss jetzt nicht neben dem Feuer stehen, oder? Nee, das dauert. Ich weiß, es geht nur schnell, wenn man gerade einen neuen Tag macht. Oh, Mücken! Ich glaube, du hast irgendwo an deinem Haus ein Mücken. Deswegen ist es dann immer so. Keine Ahnung. Es nervt mich einfach nur. Vielleicht nehmen die einfach Strohdächer. Au! Kümmisse lasse ich auch mal stehen. Da haben wir ja mehr als genug von eigentlich. Ich habe immer geschrieben, dass diese Indianerpflanzen eigentlich giftig sind, aber egal. Oh, ein Twilight-Laborant. Yay, da gehe ich nicht rein. Musiker Unterblick. Atizid. Seid ihr noch da? Redet ihr noch mit mir? Nein. Ja, doch. Vielleicht. Machen wir mal eine Ausnahme und reden mit ihr. Niemals. Okay, hast gehört. Ja, ja, niemals. Ich habe es gehört. Das war ein guter Sprung über die Schlucht. War richtig gut. Ja. Richtig gut. Aber man kann ja irgendwie immer nur... Ja, was denn? Ein Block weit springen. Nö, das war ein Treiblock oder sowas. Na, dann bist du aber auch aufwärts gesprungen oder sowas. Ja, ja, richtig. Gerade geht nicht. Nee, gerade geht nicht. Das ist richtig. Oh, da ist ja noch ein geiler Fluss durch den Berg durch schon wieder. Das ist ja geil-O-Matico. Ich habe jetzt die ganze Insel hier entdeckt. Wo bin ich denn überhaupt? Das war schon die ganze Insel. Das war jetzt traurig. Nach unten gehen. Ach genau, Julia. Die Bäume da vorne, die fahren mich bloß. Weil du dich wunderst. Hast du da Fische hingeworfen? Ja, ich wollte die über den Zahn werfen, aber die sind über den Zahn geflogen. Das hat nicht geklappt. Hast du da Fisch hingeworfen? Hast du da Fisch hingeworfen? Oh, Kupfer. Hallo, Hundi. Na, Hundi, wo soll ich mein Hund hin? Aber aufräumen. Was haben wir denn zum alles? Das kann weg und das kann weg und das kann weg. Ungefähr so läuft es gerade, ja. Das kann weg und das kann weg und das kann weg. Das kann auch weg, das kann weg. Entschuldigung. Ich mache aus allem heute ein Lied. Ist in Ordnung. Naja, finde ich scheiße. Ich finde das scheiße. Oh la 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 la. Was? Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ich glaube, das war, um sich auf deinem Niveau zu begeben oder so. Auf mein Niveau kommt keiner. So tief kann keiner kommen. Ne. Das Konglomeratbrocken. Wollen wir das? Was ist das? Das ist ein Konglomeratbrocken. You don't say. Konglomeratbrocken. Ich habe keine Ahnung, es sind Steine hier rumliegen halt. Die heißen so. Nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir die noch für diese komische Quest, wo wir alle möglichen Steine brauchen. Wahrscheinlich auch Limestone, den wir niemals finden werden. Das lustige, auf jeder Insel hat der Sand auch eine andere Farbe dann, wo dann andere Konglomeratbrocken zum Beispiel rumliegen. Boah, ich habe ein kleines Stück Bleiglanz bekommen. Geil. Und Blaubeeren, Eier und Kartoffeln. Nice. Weißt du noch nicht, was ich mit dem Ei machen soll. Ist die einfach nur eine Insel oder gibt es da noch drumherum? Ich weiß, was du mit dem Ei machen kannst. Ei, ei. Ei, ei. Das ist WG-Tradition. Auf jeden Fall. Weiß nicht, kennt das die Julia gar nicht? Ne. Kennt sie nicht. Alte Staffeln gucken. Die achte Staffel ist halt ihre erste Staffel. Sie ist halt auch nur unfreulich. Ja. War nur ganz, ganz, ganz am Anfang mal zu Gast. Echt? Nee, Staffel. Staffel 2 wahrscheinlich. Da waren die reisige Gäste. Keine Ahnung, da war ein Spielpirat und so noch dabei. Staffel 2, hast du da eigenes Haus gebaut? Ja. Ah ja, Staffel 2. Was machst du jetzt so, Mith? Wieso kannst du dich nicht daran erinnern? Das war mit Sicherheit das schönste Haus, das euch je gebaut wurde. Nein, es waren aber viele Häuser. Das schönste Haus, das je gebaut wurde, war von GLP. Das ist Triforce. Das war bestimmt deins das schönste Haus. Na, also geht doch. Ich muss Staffel 2 gucken. Ich muss gucken, Gast, nur mal so und so, wenn Julia drin, dann werde ich es schon finden. Sucht jetzt auf YouTube. Ne, wenn ihr jetzt WG und Julia drin sucht, dann ist es schwierig, weil da findet ihr wahrscheinlich nicht mehr das richtige Video. Verdammt. Sucht nach Staffel 2, Julia drin und WG. Dann werdet ihr das finden. Wenn Julia das Haus in der WG als Gast gebaut hat. Nur als Tipp. In irgendeiner Staffel hat doch jemand dann heimlich irgendwas unter die Erde gebaut. Das war in Staffel 2. Das ist auch Staffel 2. Oh, dieses Mechanismus, den wir Rather damals beispielsweise immer gebaut haben. Haben die hier auch Meteoriten halt? Was habe ich gebaut? Du hast mir damals bei der zweiten Gestrandet Staffel irgendeinen dämlichen Mechanismus und das Haus gebaut. Ne, ich war das nicht. Siegblöcken. Ne, das war ich nicht. Musikblöcke. Doch, das warst du. Ne, Musikblöcke ist nicht mein Stil. Doch, 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 das warst du. Doch. Nein, ich habe dir nur geholfen, was wegzumachen dabei. Nein, du hast dir das gebaut. Nein. Doch. Es war ein Streit. Nein. Doch. Nein. Willst du jetzt wetten? Ja. Okay. Dann müsste es ja irgendwo eine Aufnahme dazu geben. Ja. Okay. Die Folge ist vorbei. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, aber erst seit 10 Sekunden. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.